ARD Text im Auftrag von Funk Bronco, ich will nur eins wissen. Habt ihr den Fluchtwagen, mein Lieber? Das sind ja gute Nachrichten. Gut, dann kannst du ja mit dem Bruch heute... Das kann ja was werden. Bronco, sag mal, ich warte eigentlich schon auf euch. Wo bleibt denn ihr? Jetzt seid ihr doch am umlackieren oder was? Bronco, ihr müsst den Wagen nicht umlackieren, das habe ich euch ein paar Mal gesagt. Was ist denn das überhaupt für ein Kombi? Ein Smart? Bronco, mach mich nicht wahnsinnig. Bronco, ihr habt doch nicht einen Smart geklaut. Bronco, wir sind zu viert und wir haben die Beute dabei. Mehrere hunderttausend hoffentlich. Mann, wie spät haben wir es denn eigentlich? Haben wir noch Zeit? Bronco, pass mal auf, ich glaube, so roundabout zwei Stunden müssten wir noch haben. Pass auf, ich fahre in die Stadt und hole irgendein anderes Fluchtauto, Alter. Und zwar schnell und zwar ein Kombi, wo wir für einpassen, Mann. Okay, also Bronco, ich verlasse mich auf dich. Mein Lieber, mach was. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.